In der Premium Kompaktklasse verbindet der neue BMW 2er Active Tourer Komfort- und Raumfunktionalität mit den für BMW typischen Werten Dynamik, Stil und Eleganz. Er verbindet kompakte Abmessungen von nur 4342 mm Länge, 1800 mm Breite und einer Höhe von 1555 mm mit erhabenem Raumgefühl und ist damit ideal geeignet für die ständig wachsenden Mobilitätsansprüche im urbanen Umfeld. Neue Turbomotoren mit 3- und 4-Zylindern, ein umfassendes BMW Efficient Dynamics Maßnahmenpaket sowie eine weitreichende Vernetzung über BMW Connected Drive sind Merkmale, die für ein Fahrerlebnis stehen, das geprägt ist von sportlicher Leistung und vorbildlicher Effizienz. Besondere Ansprüche an die Variabilität und Funktionalität erfordern in der Premium Kompaktklasse spezielle Konzepte. Deshalb setzt BMW beim 2er Active Tourer auf einen modernen Frontantrieb, der den fahraktiven Ansprüchen an ein Modell der Marke BMW gerecht wird. Der lange Radstand von 2670 mm und eine höhere Dachlinie ermöglichen in Verbindung mit diesem Konzept eine optimale Ausnutzung des Innenraums für ein bisher nicht gekanntes Raumgefühl. Das Interieur wirkt leicht und großzügig. Alle Flächen sind horizontal ausgerichtet und optisch in einzelne Schichten unterteilt. Auf Wunsch durchflutet Licht durch ein großes Panoramadach den Innenraum. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020